Hallo liebe Leute und willkommen bei dem Nest! Mehr haben wir heute mit... Nataniel! Und... Heute spielen wir mal Sharkboy Denn... In 5 Minuten! In 3 Minuten! Und ähm... Ich bin ein bisschen späterer gejoint Das ist auch vielleicht der Grund warum Nataniel, Nataniel, komm mal her Damit Selin fährt Wie die coolen... Nicht? Nicht? Wie Nataniel hier fährt wie der coole Und Selin Wo ist Selin? Das ist dein Boot Selin, der schwarze Nein, Selin hat diesen Noob da Achso, da! Noob! Ich hab U Guck da Und ja, ähm Auf jeden Fall War unsere Mission halt, dass wir Schauen sie was gibt Ich hab diese Sehen, warte, ich raf mal diesen Boot weg Da ist die Schale Ich warte hier! Ja, passt auf! Ähm, ja... Der Helmut ist schon getötet? Äh, in 2 Minuten wird die Mission Ich bin sehr aufgeregt Ich auch! Was so alles passieren wird Und das... Und ich hab 11.000 Heizzähne Nataniel hat 1.942 Gibt's auch einen Grund? Und Selin hat 90 Heizzähne Oh, in 2 Minuten! Ja, Nataniel? Äh, ich hab kein Geld mehr Ich hab nur 1.900 Heizzähne Es gibt's einen Grund Merom wird jetzt meinen Avatar einblenden Ja Und, äh Was willst du jetzt mit deinem Avatar Eingeblendet? Jetzt warte Ich habe diesen kleinen U-Boot In der Titanic Und diesen schwarzen Boot Leute! Äh, ihr habt nicht in den Kommentaren geschrieben Ob ich... Ähm Soll ich lieber Titanic Oder... Merom, dreht mir bei mit meinem goldenen Boot Geht zu mir! Nein, ich hab sehr viele Geht zu mir! Guck dann zu, äh Ja, dann komm Ich lade alle ein Okay, komm Ich glaub doch Doch, guck Doch, guck Und ich hab den schwarzen Boot Ausgepackt U-Boot Äh, den ich als... Das war, glaub ich Mein zweiter Boot Okay, Merom, darf ich bitte steuern Den ich jemals gekauft hab Nein! Darf man nicht Nein! Ihr Kleinen haut ab! Mein U-Boot Ey, was? Schmeißt du mich raus? Ich? Ja! Was für... Ey! Der Fahrer wird's noch abkriegen Warum seid ihr so weit hingegangen? Ey! Ach Merom, da kommt ein Hai! Da kommt bei euch der Hai! Ah, verdammt Ich bin schon gestorben Ich nicht Und ich hatte gerade ein paar Ich hab keine... Hup! 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 Ich hab keine Pistole Gemeinheit Nein, du darfst keine Items mehr berühren Was? Ich treff diesen Hai Warum ist meine Pistole weg? Hup! 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 Ich will, dass ihr gewinnt. 100% Ich kann gerne eine Pistole abschießen. Ich hab ihn getroffen. Der Hai wurde getötet. Und Celine war auch ein Hai. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You have been invited. Return to SharkBite 1. Spielen. Wir gehen auf Teleporting. Teleport euch zu SharkBite 2. Wir sind einer der ersten Menschen mehr. Ja, ich weiß. SharkBite 2 existiert von Abracadabra. Das wird nice, nice, nice. Wie lange spielen wir SharkBite? Ein Jahr? Ein halbes Jahr danach, als ich und Nathaniel Roblox hatten. Keine Ahnung. Und Celine, ja. Es ist schon das zweite Jahr, dass wir schon Roblox spielen. Warum dauert das so lange? Komm, lade Abracadabra. Ich bin zur Zeit hier die Einzige bei Neutral. Aber bei Nathaniel sieht man, dass ich auch noch da bin. Und bei Celine ist eine komplett andere Lobby. Ah, jetzt. Wie soll das funktionieren? Ich check gar nichts. Das schaut voll schön aus. Ey, guck mal. Ja? Und, ist da irgendwo Nathaniel? Celine ist bei einer anderen Lobby? Egal. Das ist ein Whistle SharkBite von zwei Abracadabra gewonnen. Ich bin da bei Nathaniel auf jeden Fall gesehen. Warte. Und das sieht sehr geil aus zur Zeit. Ich bin gespannt, es selber in meinem Account zu sehen. Und ihr bestimmt auch. Es lädt. Aber ja. Äh. Spielen. So geil ist es jetzt auch nicht. Warum? Habe ich noch 100 Heizzähne? Hallo? Habe ich wenigstens meine Boote? Die kommen nicht mehr in das Gebäude rein. Ich bin zu alt. Ich bin zu alt. Warte. Und ich habe meine Waffen nicht mehr. Äh, Shop. Es sieht irgendwie so älter aus. Kann es sein. Mir gefällt das irgendwie nicht. Älter und realistischer. Meine Boote existieren nicht. Das ist irgendwas. Egal. Man kann auch, kann man auch beenden und weiterspielen. Es gibt ja eine Wahl. Andere Spieler ansehen. Hilfe, Hai. Ah, jetzt kann man aber alle anschauen und somit auch bei uns schummeln. Äh, wenn einer von uns Hai ist und dann könnte man theoretisch schummeln. So und da und da ist der. Und guckt mal euch das Gesicht an. Das schaut irgendwie komisch aus. Und das Innere. Äh. 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 Warum sind hier Menschen wirklich so ein Hammer? Dann haben hier älter Kupau, ne? Die gerade vom Hai gegessen sind. Warum haben hier Menschen Hammer und so? Ach so. Und ja. Äh. Man kann ein Boot bauen. Man kann ein Boot bauen. Oh oh. Also. Wie? Äh. Auf jeden Fall bin ich. Ah. Ich darf mich nicht bewegen. Man kann einfach ein Boot bauen. Ich bin hier. Lass mich tragen. Und wie hoch geht das? Bis da? Mir gefällt es irgendwie. Ah. Und jetzt bin ich bei einer. Ah. Es schaut halt irgendwie so komisch aus. Der Hai wurde besiegt. Es sieht halt sehr alt mäßig aus. Und bei mir leckt es noch. Also bei mir lade deshalb. Ich finde auch. Aber ja. Ich finde halt geil, dass man jetzt alten schauen kann. Ich hätte. Wenn ich das gemacht hätte. Oh. Immer ich stehe. Wenn ich das halt gemacht hätte. Nee. Die Delfenblatt und so. Was ist das? Guckt mal hin. Ich flieg auf das Delfenblatt. Ich weiß. Ich finde es halt irgendwie, dass die da ein bisschen die Map oder so verändern müssen. Ich bin drauf. Ach so. Selin ist halt woanders. Egal. Aber. Was gibt es hier? Halt. Das ist so geil irgendwie, dass es ein zweites gibt. Aber ich habe keine Böte mehr. Was ist das? Denkst du, die sollten das gleiche halt? Ah. Sharkbite hat doch behauptet, man hätte noch seine alten Böte. Und ich habe nicht mal meine Haizzähne. Ich hoffe, es wird noch Sharkbite 1 existieren. Doch. Denk. Hast du mich gerade erschrocken. Ich bin allein. Ich habe diese komische Instelle. Bin ich allein. Und fahre mit meinem Boot. Fahr mit meinem Fischboot. Ich finde es so nötig. La 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 la. Das sieht geil aus irgendwie. Es sieht zu realistisch aus. Und ich hasse irgendwie in Roblox, wenn es zu realistisch aussieht irgendwie. Keine Ahnung. Es ist halt leichter. Schaut euch selbst das an. Ich meine, ganz schöne Berge. Das mit den Steinen. Da könnte ich vielleicht sogar ein bisschen Dings. Aber auch hier mal versprochen. Ich versuche mal auf die Insel zu gehen. Aber ja. Es könnte halt auch anders sein. Ich habe mir vorgestellt. Es ist noch das alte Sharkbite. Du wirst alles haben. Und dann nur neue Böte und Neues im Shop. Irgendwie so. Aber das ist eine sehr große Veränderung. Und ich finde, er hat sehr viel gemacht. Oder Abracadabra hat sehr viel gemacht. Ich will keine schlechten Dinge machen. Auf jeden Fall ist der Hai da. Und was auch immer. Aber ja. Aber es ist ganz interessant, eine neue Map zu haben. Und ich denke, wir haben jetzt mehr Wasser. Was ich noch ausprobieren könnte. Ob man auf die Inseln gehen kann. Was ich nicht so denke. Kann man nicht. Und äh. Wow. Und hab gerade einen Brotsschaden verursacht. Hat man? Ja, man hat Sauerstoff unter Wasser. Uh. Was ist das? Ja, man hat Sauerstoff. Ich gehe durch den Sonnen. Äh. Mal sehen. Wir machen jetzt. Wiii. Ich muss mich erstmal noch gewöhnen. Perfekt. Ich brauche eine Rampe. Äh. Es ist voll. Bei uns kann es sein. Und jetzt sind auch mehr in Schadbeid möglich. Äh. Zu haben. Und ich finde es ganz cool. Äh. Ja. Ah. Warum ist mein Boot weg? Was? Warum ist meine Pistole weg? Warum? Hä? Der Hai wird gesiegt. Warum lädt es bei mir noch immer? Äh. Ah. Warte. Bei mir ist noch der Boden komisch. Leute. Ihr seht jetzt eingeblendet. Wie es bei Nathanael aussieht. Ähm. Ja. Wie es bei Nathanael der Boden und so aussieht. Und äh. Nathanael mach mal Screenshots. Wie es bei dir ist. Wollte auch. Äh. Ja. Und hier ist das eingeblendete wie es bei Nathanael ist. Also ich hoffe es ist eingeblendet. Passiere die Bombe. Was ist das? Was bedeutet das? Ne. Ich werde lieber. Ich habe 6% High. Ich habe 6%. Das ist geil. Dann kann sie irgendwie für die anderen High. Ne. Das kostet jetzt alles. Dings. Robux. Was? Die Entode und so. Komm Nathanael. Äh. Zu meiner Dings. Ich will einfach zu euch. Alle Rote Anzeigen schließen. Ich will zu euch. Ja chill Zerlin. Hab ich auch. Und die Boote sind auch recht langweilig. Kann es sein. Guck mal. Aber noch der Einhorn gibt es da. Ich will schlag mal zurück. Nathanael bist du bei meinem Boot? Nein du bist nicht. Man hat keinen Bock wenn sich zu spülen. Ja irgendwie nicht. Ich auch. Irgendwie nicht. Komm wir spielen uns an. Leute. Ich bin dafür dass wir zu alten Sharkbite gehen. Warte. Leute. Wir laden wieder zum alten Sharkbite. Sharkbite. Und. Nein. Da lieber nicht drücken. Ähm. Ah. Alte Sharkbite. Wie ich dich vermisst habe. Mein Geld. Mein, mein, mein. Meine Boote. Die sind alle da. Ja. Ah. Ah. Guck mal. Wie es sich so gut anfühlt. Im alten. Schön in Sharkbite zu sein. Ah. Ich geh mal zu high. Ah. Ich denke ich werde jetzt Sharkbite 2 spielen. Sharkbite 2. Weil ich da Geld machen will. Und dann wieder alle Items haben. War das einfach nur erster Eindruck. Ich hab doch vorher euch gezeigt mein Inventory. Ah. Dass ich schon alles gekauft habe, was ich kaufen konnte. Was? Ja, ja. Echt? Ja. Sieht man das jetzt hier eingeblendet? Oder nein? Vorher konnte man so. Ach so. Da wo du gesagt hast mein Skin. Hä? Okay. Geil. Ich bin verwirrt von meinen eigenen Schnittprogrammen später. Weil Nathaniel so unlogisch redet. Sehr oft. Mhm. Mhm. Ja. Und ich denke ich werde jetzt mal neun spielen. Hi Sally. Dass ich alle Outfits wieder kriege. Aber lass noch eine Runde dann hier spielen. Hier sind überall Heizhähne. Wäre geil. Wenn man die kriegen würde. So. Eine Runde und dann sagen wir. Verdammt. Ja und dann. Zur Zeit. Und dann endet das Video auch. Hehe. Das Video kommt übrigens einen Tag danach. Also wenn ihr das jetzt seht. Was gestern um 17 Uhr. Ja. Ihr kommt zu mir. Okay. Ihr kommt zu mir. Äh. Keine Ahnung. Ah. Ja okay. Wir gehen zu Nathaniel. Wo ist Sally? Äh. Ich kann mich nicht mehr weggassen. Und ich kann mich nicht mehr bewegen. Lade mit deinem. Äh komm. Nathaniel kein Ding. Äh. Was soll ich nehmen? Das? Ja nehm. Oder nehm. Nicht Titanic. Nehm einen. Einen coolen. Und schnell. Nein wir haben zu wechseln. Also wir haben jetzt Titanic gestorben. Ich muss hoch. Hoch. Ich steuer. Nein du steuerst nicht. Abhauen. Bitte 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 bitte. Bitte. Ich hab das unter Kamera. Nö. Ich will. Okay dann schieß ich ab. Was willst du nicht? Egal. Sie will nicht hinter uns sitzen. Achso. Aber du bist klein. Aber du bist klein. Verstehst du? Ich hab hier Fall eine unendlich Kanone Dings. Die ich nicht steuern kann. Was? Ich muss den Hai sehen. Hallo Leute. Hier kommt wohl nicht Sally. Und. Mary. Jetzt gib dich an mit meinem guten Auto. Mit dem tollen Boot. Okay. Lern Sally was was ist. Nein. Das Auto ist viel besser. Tötte ich diesen Hai? Ja. Nein. Oh du. Ihr habt kein Schatten zu dir den Hai getan. Mann. Doch. Ich krieg kein Geld. Doch ich krieg Geld. Ich finde den Hai nicht. Wo ist der Hai grad? Ich hab keine Ahnung. Wo ist er? Ja keine Ahnung. Unter Mission. Und Leute falls ihr fragt warum Nathaniel dieses schöne glänzende Boot hat. Er besitzt alle Boote. Und wenn man alle Boote besitzt. Na ja außer. Wenn man halt alle Boote besitzt. Außer off sale. Dann hat man diesen. Dann kann man diesen goldenen Boot beanspruchen. Da wo dieser Kasten ist mit dem goldenen Boot. Äh Brot. Äh Brot. Und ja. Wollen wir diesen adoptieren? Nö. Ne. Lieber umrauen. Ja. Hau ihn um. Hau ihn um. Hau ihn um. Um um um. Umhauen. Wolltest du mein Boot spinn ein bisschen? Dein Boot? Ja mein Boot. Na ja natürlich weil du spinnst. Ähm. Ja. Mir ist schlecht. Okay. Ich muss mich übergeben. Ach so das war. Äh ja. Ähm. Ich habe übrigens meine eigene Hose an. Ich glaub ich schreib mal einfach Hashtag Werbung für mich selber. Weil ich weiß nicht was sonst passieren wird wenn ich das nicht schreibe. Aber ich hab selber. Äh. Mer. Nicht Merch. Äh Hilfe. Selber Hosen so erstellt. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel von einer Ästhetik Hose. Wo LOL draufsteht. Ähm. Ja. Genau. Weil das ist das schnellste Boot in Sharkbike. Und vorhin habe ich nur Striche gesehen und habe mich gefragt was meine Mission war. Und jetzt sehe ich. In dem ich sitze. Das ist das schnellste Boot in Sharkbike. Echt? 177 km h. Wurde mehr. 180 km h. Hau diesen Boot um. Hau diesen. Bitte. Ah da ist niemand. Hau ihn trotzdem um. Uh. So was mit 100 km h. Eine Rampe. Da ist der Hai. Da ist der Hai. Da ist der Hai. Da ist der Hai. Nathaniel. Was? Ah da. Ey man kann ihn kaum einen Sinn wenn das Nacht ist. Ah. Hi. Er kann uns nicht überholen. Er ist der lahmste Hai in den Dings. Ich weiß. Was muss ich so entspannen. Ich muss meinen Job erledigen. Ich muss chillen. Nathaniel. Ich muss meinen Job erledigen. Achso. Und was ist dein Job? Diesen Mensch umzuwerfen. Ah jacke. Achso der. Hi Pris den. Ja umwürf ihn. Werf ihn. Komm wir werfen jetzt unsere Eimers. Ich habe keinen Eimer. Ah das ist dein Eimer. Ups. Hihi. Ich staun. Ich so ups. Hihi. Du hast mich verflassen. Und dann hätten wir gesagt. Ja genau. Wir warten bis Salen stoppt. Und dann habe ich meinen Köder Eimer. Und ähm. Ähm. Genau. Enter Potter. Leute. Ich einfach der Hai. Nein. Aber Leute. Äh ja. Bis ich noch zur Lobby gespawnt werde. Äh. Sag ich. Liked das Video. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und schreibt in den Kommentaren. Was ihr besser findet. Und äh. Schreibt in den Kommentaren. Welche Videos. Ciao. Schreibt in den Kommentaren. Alles mögliche. Bitte keine Beleidigung. Schreibt in den Kommentaren. Vielleicht äh. Challenges die wir in Schackwein machen müssen. Und äh. Ja. Liked das Video. Wie ich es schon gesagt habe. Abonniert es. Bitte. 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 Und aktiviert die Glocke. Und keine weiteren. Coolen. Wenn man das so nennen kann. Videos verpassen können. Und. Bis zur nächsten Person. Stronger. rupt. Entschuldigung. Bis Greeks. Aufwand waiting. Beslaughter.